Hallo und recht herzlich willkommen zu dem sechsten Part von Let's Play, Ace of Space. Jetzt ist noch einmal Team Dep-Match dran und dann ist jetzt Zombie-Mode dran. Wir starten jetzt wieder in eine Runde, wo es Zufall ist, wie lange sie dauern wird. Und sie... ja, jetzt haben wir wieder recht zwei lange Runden. Ist doch gut. Manchmal werden die Parts ein bisschen kurzer, manchmal ein bisschen länger. Hängt ganz davon ab. Also müsst ihr auch Glück haben. Aber es gibt ja auch recht viele Parts. Oh, verdammt. Die Map kenne ich nur von unten. Ja, und gegen diese Laser-Sniper hat man im Sniper-Dore eigentlich kaum eine Chance. Ich gehe erstmal runter. Ob ich auch heile runterkomme, das werden wir sehen. Alter, wie komme ich da runter? Bis ich mir... ich kraft mir jetzt einfach einen Weg. Und das war vielleicht nicht so stark. Boah, ich werde direkt... Bedroht! Oh, ich habe kaum noch ein Leben. Voll gut. Alter, ich habe doch... ich habe den genau getroffen. Ich habe auch vorher noch abgedrückt. Oh, ich habe es auf Video. So, dann werden wir hier mal hier weiter gucken. Gucken, looken. Hier ist eigentlich eine gute Stelle zu... Weg, Sniper. Und... Wir werden jetzt diesen Bereich überwachen... ...und versuchen zum Überleben. Oh, hey, ihr seid alle auf YouTube. Freut euch. Ist das da um 14 von 200 sind das die Punkte und her von 200? Ich weiß nicht genau, ich glaube schon. Oder sind das die Slots? Ich glaube, es sind die Slots, aber ich weiß es nicht so. Jetzt werde ich von hier ums Einfachsnipern. Alter! Oh! Wo ist eigentlich der Rest meines Teams? Drehen die nur Däumchen, oder was? Na, komm. Johannes reißt dich am Riemen. Nein! Ja, ist gekillt. Na, komm. Na, verdammt. Es gibt immer so Typen, die entdecken einen sofort. Das ist so doof. Das ist echt blöd. Ich bin grad echt nicht so gut. Oh, scheiße. Ich krieg's noch einen Föhn. Wie soll ich denn da irgendwas wegsnipern? Wenn ich eine Missy hab, Snipert mich der andere, ich weiß wie. Mit Türmchen. Wenn ich hier frei hätte. Wenn ich hier frei hätte. Alter, ich hab ihn erwischt. Das ist echt Betrug. Das ist echt Betrug. So, jetzt geh ich auf die rechte Seite. Das scheinen ja die Übelsten vorwissen zu sein. Ich hasse diese Le... Weißt du was? Ich nehm die... Ich nehm die selber. Das ist doch echt. Ist das die? Ich weiß es nicht. Nehmt jetzt auf jeden Fall die. Die ist besser, obwohl das, glaube ich, nicht die ist. Aber die ist besser, weil da kann ich schneller schießen als bei der anderen. Die nehm ich jetzt immer. Ja. Das wird der echten Linger. Aber egal. Mach ich gerne für euch. Ich hab, ich muss mich ja an meine Sachen halten, ne? An meine Versprechen. Entdeckung. Ich brauch Herzen. Mist. Ich brauch Heilung. Kann man uns so gehen? Yes, gekillt. Alter. Unfair. Böse Buben seid ihr. Also jetzt meine Gegner, nicht ihr. Ihr seid ganz brav. Und... Und... Ha! Okay, die Waffe nehme ich immer in die Sniper. Die ist ganz gut. Alter! Ey, was... Obwohl, jetzt weiß ich, was das für Laserwaffen, glaube ich, sind, oder? Sind das die hier? Nein, ich glaube nicht. Was sind das für Laserwaffen, die die haben? Nein, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist die. Oder was vielleicht ist das? Die. Äh, die. Ja, was soll das für eine Waffe sein? Alter! Nein, auch die vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich guck jetzt mal ein bisschen durch. Ich will auch diese Laserwaffe. Oh, ist auch nicht schlecht. Alter, was sind diese Laserwaffen? Ich glaube, ich glaube, das ist die Samt. Alter! Mir reicht. Ich nehme jetzt... Ach doch, ich bleib bei der Klasse. Also, wenn man das nicht, wenn man schon gestorben ist, weil man da beim Neustart das nimmt, dann kriegt man einen Punkt, dann stirbt man. Alter! So, jetzt haben sie nämlich ein bisschen Acro gemacht, jetzt werden sie mal ein bisschen weg, das ist ein Neibad mal wieder. Na, komm. Verdammt! Was ist denn das für ein bisschen weg? Was ist denn das für Waffen? Kann jetzt nicht los sein. Ich glaube, der muss da auch recht stark sein. Aber wie die uns hier stürmen? Alter! Na, komm. Na, komm. So, jetzt reicht es mir. Na, komm. So, jetzt reicht es mir. So, jetzt geht es mir. Alter, nee, ich kann mich da kaufeln, denn ich wechse wieder zu einer meiner Lieblingsplassen. So, ich nehme den. So, damit kann man den auch gut weg eliminieren. Alter! Ihr werdet ihr? Okay, hier kann man sich sogar wie Sachen aussehen. Oh, komm, ich nehme den normalen Sniper. Also, ich glaube, damit bin ich wahrscheinlich noch am besten. Wenn ich Gegner sehen würde, kann ich es nochmal zeigen. Jetzt kommt hier auf. Also, ich bin mit dem Knall in den Griff. Oh, Mann. Ach, betroffen. Oh, Mann. Ach, assist. Ich bin mit dem Knall. Oh, Mann. Okay, gut. So, noch eine Minute geht diese Runde und dann ist, äh, noch eine Runde und dann ist wieder, im nächsten Fall, Zombie-Mode. Und ich bin gerade ein bisschen angespann, weil ich würde gerne nur einen killen. Ah, Mist. Alter, was sind die anderen blauen? Ah, Mann! Was gibt's denn nicht? Ach, Mann, kein kill mehr. Ein kill. Und, wer hat gewonnen? Äh, vor allem... Komm, mach die ersten, die kenn ich, glaub ich, nur gar nicht. Na komm, wir wollen zur nächsten Karte. Ach, das ist jetzt die gleiche? Oh, nee. Na, warum ist das jetzt die, die gleiche Map? Oh, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, 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 Mann Ich bin in dem Schiff auf Fluch. Was habe ich euch getan? Was habe ich getan? Guck, guck. Mann. Na, komm. BAMS. Haha. Den haben wir wohl gekillt. BAMS. Ich kenne ihn mir wohl doch nicht. Alter, schläge ich mich in dem Sperrbauskennung. Aber ich bin in den meisten Mets nicht schlecht und wenn ich mich ein bisschen dran gewöhne habe, dann auch in den neuen. Müsst ihr schon zugeben. Ich glaube, ich hätte diesen paar Blöcke, Blöcke, Blöcke nennen. Oder Cube einfach. Ach so, ich denke immer, Blau ist mein Gegner, weil ich immer mit Grün spiele. Mal sollten mit Blau. Da beim Füllspritzer sind wir dann. Fight. Ah. Alter. Jetzt wird von vorne und hinten belagert. Geht's noch unfairer? Ja, wenn man noch ins Kreuzfeuer genommen wird, ne? Es geht immer noch eine Portion unfairer. Also, Alter, langsam wird's echt, sagen wir mal, fies. Wir können ja gleich das mit den Kills... Ey, da, Alter, das sind die Kills. Okay, 200 wird, Alter, man maximal in einer Runde killen, mein Team. Ich... So. So, das gibt jetzt so eine Rache. Na, wartet. Na, kommt. So, ihr seid jetzt dran, dran. Guckuck. Nein, nicht Guckuck, aber jetzt kann ich hier echt besser schießen. Das war nicht cool, dass die... Das ist nicht cool, dass die auch immer in die Luft fliegen. So. Mal, wir haben uns hier mal noch ein bisschen breiter. Alter! Von wo? Da oben wahrscheinlich. Das gibt's doch nicht. Bams. Hallo. Ich spawn direkt hinter ihm. Und knall ihn eiskalt ab. Hätte er wahrscheinlich auch gemacht. Wow, von wo? Von da oben. Da! Oh, Mann! Jetzt weiß ich, wo der ist. Jetzt mach ich den weg. Den Typi da. Der meint sich da, um so fies Sinn stellen zu müssen. Ha, ich bin... Was? Wir sind zwei gegen vier. Ja, wir sind zwei gegen vier. Ähm... Ja. jetzt so den typen wurde mir jetzt darum die grüne die grüne grüne gewinnt ja ja ich möchte nicht in der hektiken treffe weil mich immer so schnell dieser fiesling dieser fiesling da ist er weg muss ja auf den maps anpassen und das kann man auch meistens nur nehmen die klassen und zwar man wechselt mit der klasse nicht schlecht oder es ist ruhig hier zu ruhig komm 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 da hoch jungen oh mein gott was sind hier ja egal ich will ja wieder raus ich sehe nicht mehr auf der karte ist das so ein dann ist achterkommung schießen aber egal hallo na du netter burschi ich wollte mich gerade mal ein bisschen an dir rächen alter jetzt bin ich echt in der falle getappt na doll ich bin so schlecht vielleicht mal ja auch noch let's adventure you my craft ich weiß es nicht ich werde erstmal ein paar davon beenden also ein let's play davon was ich gerade mal und dann eventuell dann könnt ihr mir auch mehr beschicken wahrscheinlich so ich mir dann selber welche wahrscheinlich auch von let's playern viele ja aber wenn ihr mir wenn ihr darauf lust habt und mir schicken mache ich das auf jeden fall wenn nicht dann guck ich mal wie ich bock drauf hab das wird aber nicht ein besonderes guter spieler sein aber das seid ihr bestimmt von meinem von mir gewohnt wenn ihr ein bisschen mich verfolgt alter alter ich bin im nahkampf so schlecht in der ferne euch richtig rein aber im nahkampf bin ich richtig miserabel wahrscheinlich liegt sagen wenn ich einfach sniper typie bin ich bin so schlecht so schlecht na komm danach kommt auf jeden fall noch mindestens ein paar tippie bin ich habe gerade so bock für euch aufzunehmen leute vielleicht kommt dann noch mal zweitfalls vorteil ich muss nämlich bock und lust habe und wo ist einer wo ist einer muss da wo einer sein na komm sei dass es so unkommentiert grad ist aber ich bin grad ein bisschen angespannt weil ich will so viele wie möglich killen boah ich hab den blauen jetzt mal meinen gegner grad gehalten weil ich nur kurz hoch geschaut hab da aber nicht weil ich es wieder verwechselt hab sondern weil ich nur kurz hoch geschaut hab und da was bewegendes war da ist wohl eine schießerei wahrscheinlich auf dem auf der mauer auf der lauer lauer da sitzen paar leute schaut euch nur die leute an wie die leute snipern können und wie die mich treffen können die leute auf der mauer und da pflege ich wieder in die luft sorry wenn ich ab und zu ein paar mal was trinken aber ich nehme ja viel am stück auf und dann muss ich auch mal ein bisschen was für meine stimme tun ihr wollt ja keinen heisernen let's play haben oder weil das wäre schlecht wenn ihr einen heisernen let's play hätte der könnte gar nicht mehr richtig reden ihr würdet den kaum verstehen und deswegen muss ich ab und zu was trinken woher woher alter du blöder aah diese verstecke sind fies einfach nur fies der erste aus uns mit hier mal richtig drauf so jetzt gehe ich auch mal hier drauf und ich putze mich mal auf die andere seite dieses dingens na warte was ihr kann kann ich schon lange na komm zeig euch an na du hast dich angeregt yay ich dachte schon was kommt jetzt was habe ich jetzt kaputt gemacht dann gehe ich einfach die mauer lang auf der mauer auf der lauer steht ein kleiner let's play schaut euch den let's play an wie der let's play an auf der mauer auf der lauer steht ein kleiner let's play ja oh mein gott habe ich jetzt noch eine ach man kriegt auch cubes ach so man kriegt auch cubes von der mauer auf der mauer steht kein let's play auf der mauer auf der mauer steht kein let's play mehr steht kein netz player mehr schaut euch die leere mau an wie die mauer mauern kann auf der mauer auf der laut steht kein let's play mehr ja hier ist dazu mehr also wenig musik dran an muss ich mal ein bisschen vor musik sorgen hallo hallo nein aaaaaaah angriff ähm ist weiter mitgekillt und na du netter böser stehender grüner wicht und 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 lass mich wieder weiterspielen hab ich dich gefragt darfst du reden nein aber und und go go gegner wo seid ihr da da der trägt mir so net den rücken zu und der guckt nach oben und ich treffe ihn noch nicht mehr und hab ihn doch noch gekillt das lass ich nicht mit mir durchgehen wo 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 da oben ist einer ah das ist ein geschütz da oben ist aber wirklich einer bam oh und g so jetzt ist das teig tut Alter, das macht dies mit der Pistole. Ganz böse Jungs. Ganz böse Jungs. Go, go. Los, los, los. Los, los, los. Go, go, go. Hallo. Oh, verdammt. Hallo. Das ist mein Kill. Bam. Verdammt, ich habe keine Money mehr. Verdammt. Mist, das war klar. Ich bin zweit, aber der erste Cut, der Cut da ist richtig gut. Gut. Bam. Oh, 2000 Punkte ist doch nicht schlecht, ne? Yay, Runde zu Ende. Und haben wir gewonnen? Ah gut, das sind Punkte also. Ich hoffe, dieser Part von dem Let's Play, Let's Play, Ace of Face hat euch gefallen. Im nächsten Part gibt es da wieder Zombie-Mode und ich glaube, das war der siebte Part. Ich hoffe, wie gesagt, der hat euch gefallen und ciao.